Wir sind Mitglieder von CultureMob und wir wollen euch alle herzlich einladen für unseren nächsten Super-Event am 16. Februar, verpasst das Jahr nicht, in Bern beim Karneval. Tanzen, wir werden tanzen, wir werden Spaß haben, wir werden wieder richtig Krach machen. Krach machen. Jetzt ist hier für uns ganz spezielle Gäste, der Biene-Train, der Blau. Das ist unser wunderbares Kostüm, das wir extra für den Event designt haben. Und zwar besteht aus einem Plastik-Sack aus gelbem Tape, mit dem wir die Streifen draufgeklebt haben. Im Linden haben wir Flügel aus Backpapier-Befestigung. Ja, und das allerwichtigste sind die Fühle. Und zwar haben wir die auf Strohan gemacht. Und hier eine Alternative. Aha, mit einem Bobbler dran. Wow. Das ist einfach sehr einfach zu machen und wir werden alles nötige mitbringen, damit wir das selber auch in Bern noch machen können, zusammen, wenn ihr boppt. Das ist toll, Anna. Wenn ihr noch mehr Informationen wollt, geht auf unsere Facebook-Event-Page, dort werdet ihr alles finden. Und ja, wir warten euch am nächsten Wochenende, 16. Februar. Bis dann! Bye! Bye! Bzzz! 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 Vielen Dank.